Mit diesem Spot wollen wir zum Ausdruck bringen, dass Coop sehr engagiert ist beim Tierwohnen, insbesondere in den Labels, in der Natura-Form, aber auch im Natura-Plan. Ich bin der Regisseur Lucchi Frieden und wir sind im Emmental und drehen mit Tieren und mit einem Kind. Bis jetzt ist alles wunderbar gelaufen. Die Herausforderungen sind Tiere einerseits und Kinder. Wir haben beides, aber die Tiere haben wunderbar mitgemacht, das Kind auch. Oft haben sie schon im ersten Take Tiere das gemacht, was wir wollten. Das ist alles wunderbar. Das ist alles wunderbar. Wir wollen den Biobäumen, der fair gehandelt ist, der durch das Bandweg rückverfolgbar ist. Wir wollen bei diesem Werbespot aussagen, dass wir eine sehr bunte Welt von Textilien anbieten, unter Natura-Line. Und insbesondere, dass wir der grössten Anbieter von fair gehandelter biologischer Wärmwolle sind. Darauf sind wir stolz. Das ist alles wunderbar. 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 Vielen Dank.